Hallo zusammen, ich habe den AEG Ultimate 8000 Akku Staubsauger getestet und in diesem Video werde ich dir verschiedene Alltags-Anwendungsmöglichkeiten zeigen. Zur Transparenz, der Staubsauger wurde mir von AEG für dieses Video gestellt und wenn du überlegst das Modell zu kaufen, habe ich gleich noch etwas Besonderes für dich. Also vielen Dank an AEG, natürlich werde ich wie immer meine ehrliche Meinung mit dir teilen. Lass uns starten. Der Akku Staubsauger kommt mit all diesen Aufsätzen. Die Station ist auch gleichzeitig die Ladestation und sollte am besten irgendwo zentral im Haus oder in der Wohnung platziert werden. Alle Teile lassen sich dank des Clip-Systems entweder direkt an den Handstaubsauger oder über die Verbindungsstange montieren. Das hat in der praktischen Anwendung ziemlich viele Vorteile, die wir mit unserem alten kabelgebundenen Staubsauger nicht hatten. Wenn du die Station fertig aufgebaut hast, sieht das Ganze so aus. Jeder Aufsatz hat seinen eigenen Platz und du kannst sie dir schnell und einfach je nach Bedarf nehmen und verwenden. Das sind die drei Hauptbürsten. Der linke Aufsatz ist für Hartböden, weswegen das unser Nummer 1 Aufsatz in der Wohnung ist. Außerdem hat er vorne eine kleine Leuchte, damit man in schlecht beleuchteten Bereichen den Schmutz besser erkennt. Hier ein Beispiel. Ich lasse die Tonaufnahme mit drin, damit du einen realistischen Eindruck der Lautstärke bekommst. Ich empfinde den Schmutz aus. Der Aufsatz in der Mitte ist für Teppichböden optimal und hat einen verbauten Haarschredder. Diesen Aufsatz nutze ich für unseren Balkon, auf dem wir Teppichboden gelegt haben. Hier siehst du Schmutz, der durch die Pflanzen entstanden ist. Die Pflanzen in der Mitte ist für Teppichboden, auf dem wir Teppichboden gelegt haben. Das hier war die Tage und hier haben wir einige Pflanzen entsorgt und du siehst schon, wie gut dieser Staubsauger für diese Art Teppich geeignet ist. Die Pflanzen in der Mitte ist für Teppichboden. Die Pflanzen in der Mitte ist für Teppichboden. Rechts siehst du die PET Pro Plus Bürste und diese eignet sich optimal für Möbel, Haare und auch hartnäckigeren Schmutz, bei dem die Saugkraft etwas konzentriert werden muss. Aufgrund seiner Kompaktheit lässt er sich auch sehr gut direkt auf den Handstaubsauger aufsetzen. Hier zeige ich dir, wie du mit dem Akkustaubsauger dein Auto reinigen kannst. Der Automodus steht hier natürlich nicht für Auto, sondern für Automatik. Und hier haben wir eine Kompaktheit. Ich bin kein Experte, aber das Ergebnis beeindruckt mich sehr und es macht richtig Spaß mit dem Gerät zu arbeiten. Für die Ecken habe ich den langen Aufsatz genommen. Das Ganze beschleunige ich etwas, aber jeder der schon mal ein Auto gesorgt hat, weiß wie hartnäckig der Schmutz sich teilweise verankert. Diesen Aufsatz hier kannst du knicken, um besser um Ecken herumzukommen. Die Ecken habe ich den langen Aufsatz. Die Ecken habe ich den langen Aufsatz. Auf der Fußmatte siehst du alles mögliche an Schmutz. Haare, Steine und kleine Blätter. Wir haben zwar kein Haustier, aber du siehst wie gut die Haare aufgenommen werden. Die Ecken Die Ecken Die Ecken Die Ecken Die Ecken Die Ecken Genauso gut sollten mit dem Aufsatz Tierhaare von Möbeln und Polstern entfernt werden können. Für das Auto habe ich insgesamt eine komplette Akkuladung benötigt und damit alle Fußmatten, die Böden, die Sitze und den Kofferraum sauber bekommen. Das Design ist von vorne bis hinten durchdacht und wurde sogar letztes Jahr mit einem Design Award ausgezeichnet. Dieser kleine Bürstenaufsatz ist hier direkt am Handstaubsauger montiert, der bei Bedarf einfach abgezogen und aufgesetzt werden kann, um wie hier Steckdosen, Leisten und andere kleine Staubflächen zu bearbeiten. Das ist ein kleines Detail, das ich einfach liebe. Der letzte Aufsatz den du hier siehst ist speziell für empfindliche Oberflächen geeignet, um Kratzer zu vermeiden. Hiermit kannst du wunderbar Holzmöbel, Bücher und so weiter bearbeiten. Das Fazit Meiner Meinung nach ist der AEG Ultimate 8000 mit seiner Mahagoni Bronze Farbe nicht nur ein optisch sehr ansprechender Staubsauger, sondern überzeugt auch 100% durch seine Leistung. Gerade wenn du wie wir von einem Staubsauger mit Kabel wechselst, ist die Hürde gerade mal etwas aufzusaugen sehr gering, da man ihn direkt griffbereit hat und nicht ständig nach einer Steckdose suchen muss. Durch die Quick Release Funktion kannst du entweder nur den Handstaubsauger oder auch den kompletten Staubsauger von der Station lösen. Ich persönlich hatte noch keinen stärkeren Akkustaubsauger in der Hand und möchte auch nicht mehr zurück wechseln. Worauf du auf jeden Fall achten solltest ist, dass du den Turbo Modus, in dem er die maximale Power freischaltet, nur einsetzt, wenn du nicht vor hast die ganze Wohnung zu saugen, weil der Modus extrem viel Akku zieht und nach wenigen Minuten den Geist aufgibt. Ich persönlich nutze immer den Auto Modus, dort passt sich der Ultimate 8000 an den jeweiligen Bodenbelag an und hält auch ausreichend lange, um unsere Wohnung mit 65 Quadratmetern ordentlich zu saugen. Du kannst optional noch einen Zweitakku dazu kaufen, nur der muss auch mit dem zusammengebauten Staubsauger an der Station geladen werden. Eine andere Möglichkeit gibt es derzeit nicht. Andererseits kann man das Laden auch nicht mehr vergessen, da das automatisch und immer passiert, wenn du den Staubsauger an die Station zurückstellst. Wenn du gerade vor der Entscheidung stehst, den Akkustaubsauger zu kaufen, kann ich dir einen exklusiven Gutscheincode von AEG über 20% Rabatt anbieten, der ab jetzt 2 Wochen bis zum 10.10. gültig ist. Folge dazu einfach dem Link in der Videobeschreibung und gib den Code HAPPYHOME20 im Warenkorb ein. Falls du das Video zu spät entdeckt hast, kannst du trotzdem mal in die Videobeschreibung schauen. Falls es einen neuen Code gibt, werde ich das Video immer aktuell halten. Beachte, dass der Code nur für den AEG Ultimate 8000 gültig ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem neuen Akkustaubsauger. Danke nochmal an AEG und dir bis zum nächsten Video. Alles Gute.